so herzlich willkommen zurück zu über das call of doom genau call of doom segel ultimate oder call of ultimate doom segel ich weiß es nicht mehr auf jeden fall irgendwas willkommen zurück zu doom mit ultimate und segel und call of doom so record dankeschön dann wollen wir mal beginnen das ist ja nicht möglich was ist da los 3m 7 3m 7 was für das noch mal für eine mod auch die web oh gott oh gott nein wir spielen jetzt einen tactical mod naja klar die beiden typen die ihr da seht die werden uns direkt umbringen ja keine ahnung was jetzt ist das wirklich brutal doom da haben wir eine kleine überlebenschance aber auch nicht da kann man noch zwei alter wirklich verarschen ja ich krieg nie im leben was boah taktisch gangbang direkt speichern direkt speichern holy shit alter was für ein beginn von der web alter oh oh was habe ich jetzt gemacht ach oh god wegen dem ding da oben an der decke konnte ich mich grad nicht nach links bewegen danke dafür liebe spiel eigentlich habe ich gerade gespeichert du weg mit dir kann ich mich jetzt bewegen ja oh feierabend ja die ist doch ja nicht so jetzt haben wir auch schon mal geklärt vielleicht den nächsten aua aaa warte ha ja ja okay ich möchte ein wenig so jetzt kommt die da hinten noch genau so liebe spinne kommen wir mal her hier was dergendein ding ist denn sie hier wo bist denn du Alter, Rune hat mich wieder her, hier, oh, Alter, was ist denn, oh, dieses Level ist zu viel für mich, ich will das alles nicht, ich wurde gezwungen, bitte helfen sie mir, vor allem die vierte Episode wird halt noch kranker, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, warum fühle ich das Ganze auf Realism Tactical Mode, kann man das mal irgendjemand sagen, da ist noch einer, wo kommen die her, hab ich die nicht gerade erledigt hier, ach, ich hab die nachher nochmal neu geladen, ach, scheiße, ja, das ist natürlich, ähm, gut, ahem, ja, so, wo fangen wir an, ähm, also das ist jetzt, glaube ich, hier los, ähm, dann fangen wir jetzt mal direkt mal, achso, äh, offensichtlich geht's da nicht los, weil wir haben noch keine blaue Karte, wo man sich nochmal herbekommt, da ging's nicht, war das hier, nein, laue Karte, ach da, okay, ich kenne diese Map, ja, aber die ist so kompliziert, ich weiß nicht, wo, wo es wohl lang geht, kann man da, tatsächlich teleportieren, nein, das ist ein Ausgang, da kommt man hin, wenn man unten war, von der Grafikfehler, by the way, was hat er das gemacht? ja, daran erkennt man die Maps, die definitiv nicht für Realism Tactical Mode gedacht sind, weil, ähm, hier, jetzt herunter, heisst du, hier denken sie daran, die Textur hinzuzufügen, und da oben, ist ein Grafikfehler! da kommt noch so ein Scheiß, Okay, jetzt ist hier offen. Gut, da sind Kapu-Deeven drin. Ja. Okay, jetzt ist ja keine Karte drin. Na gut. Achso, hier geht es ja auch noch auf irgendwann. Noch ist zu. Okay. Jetzt ist es auf. Upsala. Aber Mami ist... Gut, wie sieht es hier aus? Relativ scheiße. Dann bleibe ich mal bei der Sprutflinze. Okay. Da. Auch noch Lost Souls, Alter. Auch noch Lost Souls. Wohin denn jetzt? Ich will hier raus. Ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Wo geht es denn der Wacht? Hier geht es raus. Holy shit. Fuck. Hier sage ich jetzt nicht raus. Ah, das geht. Da muss ich raus. Oh Gott, Alter. Ich habe jetzt noch eine Waffe, die einigermaßen... La Muniz... Na doch, die hat ja auch Munizion. Na geht doch. Warum nicht gleich so? Gut, die Rüstung habe ich auch gleich bekommen. Dann nehme ich das Ding ein bisschen aufhören damit. Dann habe ich auch noch mal schön Leben. Nein, nicht reinfallen. So, jetzt habe ich die blaue Karte. Jetzt können wir hier rein. By the way, was war eigentlich das dahin? War das ein Backpack oder eine Rüstung? Okay, das ist ein Backpack. Dann heben wir das Ding mal lieber auf. So, oh Gott. Ich wollte gerade Feuer, ne? Habt ihr gesehen, ne? Undankbares Viech. Wow, na. Danke, danke. Das tut er halt nicht. So, da brauchen wir was Rotes. So, jetzt geht es hier unten in die Kontakombe. Ach du Karte. Der kommt ja rüber. Oh, oh. Hat er so eine... Hat er so eine... So eine Laser Beam? Oh, Alter. Oh, oh. Ja, der hat so eine komische Beam. So eine, so eine. Alter, wie viel hält denn der aus? Ich treffe ihn aber schon, oder? Diggi. Habe ich meine richtige Waffe? Ja, habe ich. Ah, sieht schon besser aus. Yeah, voll ja. Meine Fresse. Was stimmt nicht mit die Viecher. Da haben da wohl Ranner. Da, holy shitty. Wo ist jetzt der andere Viech hier? Hallo. Wo bist du denn? Da hinten. Er rennt, bitte. Du, noob, du. Du, noob, du. Okay, also ich schalte sogar ein bisschen aus. Dann könnte ich es tatsächlich da unten auch schaffen. Oh, ich habe noch mal ein Gesiegt. So, dann könnte ich es da unten auch tatsächlich überlegen. Ah, doch, du hast gut aus. So, jetzt musste ich nach rechts, äh, links. Hast du jetzt meine ganz schöne Amo und so verloren? Für mich schon wieder nichts, aber was soll's. Ging es hier lang? Ja, sehr schön. Wo bin ich hier? Hier bin ich. Ah, genau. Da komme ich jetzt wieder raus. Sehr gut. Ähm, ja, und jetzt muss ich... Ach, scheiße. Ja, jetzt muss ich quasi... Das hätte ich halt nie im Leben überleben. Ich muss jetzt nochmal rein und mir nochmal eine saubere Rüstung holen. Sehr gut. Weil ich muss jetzt die ganzen Räume abarbeiten. Wie soll das funktionieren? Kann man es mir jemand erklären? Ach, scheiße. Ach, scheiße. Wie macht das denn? Ah, ich hätte den dümmsten. Kann ich ja irgendwo direkt rein? Mal gucken. Nein, natürlich nicht. Wo war der gelbe Schlüssel? Ich hatte damals auch mal irgendwann mal so ein Zeitalter, da hatte ich tatsächlich die Reihenfolge sogar schon fast drauf. Aber frag mich nicht. Das ist ja so verwirrend. Ich hatte die Vor-Ware. Was ist ja so stolz? Äh, wie war ich? Es ist ja so großartig. Er hat er. Nein! Speichern. So. Achso, ich habe jetzt den gelben Key. Das heißt, ich kann mit dem gelben Key hier hinten... War das hier? Er teleposiert sich denn jetzt schon wieder? Oh, wie schön. Ja, genau, hier war das. Bye-bye. Ähm, so war das jetzt gerade nicht geplant. Ich wollte eigentlich vorher noch die Backpack holen. So, das Backpack finde ich... Ah, siehst du, ich kann doch gleich hier noch ein bisschen... Dankeschön. Nein! Oh, fuck. Ah, ich wollte es gerade. Ich wollte es gerade nicht. Holy shit. Dieses Level, ne? Das ist, äh... Ich weiß nicht... Ich würde immer... Ich würde immer so klopfen. Ah, ja, die Musik passt schon. Das ist doch klar. Aber das Level, ne? Das war ja gerade... Das ist wahrscheinlich das Level, was am verwirrendsten ist. Äh... Ja. Vor allem, du hast halt auch keine... Du schaffst es nicht auf Realism Tactical einfach nicht, weil... Du hast keinen ABC-Anzug mehr. Du kommst unten in die Katakomben, da wo die ABC-Anzüge sind, kommst du nicht mehr rein, weil... Da stirbst du, bevor du die Dinger reißt... Und oben, oberhalb, irgendwie gibt es keine. Äh... Warum macht man sowas? Warum? Ich meine, zum Glück kann ich so springen und so, aber eigentlich ist das Level ja nicht so gedacht, dass man da rum springen kann. Von daher, äh... Schüssel the Dizzle. Na gut. Ja, bis zur nächsten Folge.